Wenn der Seidelbuster klarer Strauch ist, kann er doch sehr spektakulär auftreten. Für mich ist das eines der größeren Exemplare, was ich da in meiner Umgebung bis jetzt je gefunden habe. Und der fällt wirklich auf, also es ist rundherum noch grau und braun und nichts ist irgendwie farbig. Der leuchtet von ganz weit weg, habe ich den jetzt gesehen und habe mir gedacht, das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Ich hoffe, man kann das irgendwie auf Video bannen, wie das ganze Ding da wirkt, mitten in diesem Braun des noch nicht Frühlings.